Guten Tag, mein Name ist Olivia Gilgen. Ich bin seit 26 Jahren Diplomierte Hundefrisöse. Seit drei Jahren arbeite ich bei Katzensand.ch mit. Am 12. August durfte ich an die Katzenausstellung nach Lausen, Basel gehen und durfte einen Infostand führen. Ich durfte einen Infostand führen. Ich durfte dort die Kundschaft beraten. Ganz toll war es für mich, diese verschiedenen Katzen kennenzulernen, plus ihre Geschichten, auch wie sie gezüchtet wurden, etc. Ganz toll war es auch zu schauen, wie die Züchter verschieden bewerten und andere Sachen. Interessante Gespräche durfte ich auch mit Katzenzüchtern haben, wo ich vieles gelernt habe. Was ich aber ganz toll fand, waren die Pflegeprodukte. Die kann man bei uns bei Katzensand.ch oder bei Petfood & More in Schönenwerd im Geschäft kaufen. Wir liefern Ihnen das aber auch gerne mit. Ich zeige Ihnen hier ein paar Pflegeprodukte, die für Langhaarkatzen optimal sind. Zum Durchkämen normal können Sie diese Bürste brauchen. Was wichtig ist, dass die Borsten nicht zu gross sind und die Bürste auch nicht zu breit. Wenn Sie die Katze kämen mit einer breiten Bürste, ist es so, dass Sie in der Mitte zwar den Druck haben, aber auf der Seite nicht. Deshalb lieber eine kleine Bürste, wo Sie überall auf dem Boden runterkommen. Zum Durchkämen, ob eine Katze noch Knoten hat, können Sie so einen Kamm benutzen. Was ich an diesem Kamm liebe, sind diese Zacken, und zwar drehen die sich mit. Was beim Kämmen auch nicht so zupft und deshalb die Katze auch besser hinhält. Um die Unterwolle herauszukämmen, können Sie so einen Unterwollkamm brauchen. Es gibt Doppelreihige oder auch Einreihige. Ich benutze seit 26 Jahren den Doppelreihigen, weil ich den viel besser finde. Persönlich für mich aber. Mit diesem Kamm kämen Sie mit dem Strich mit und können so die Unterwolle entfernen. Falls Ihre Katze Knoten hat, gibt es verschiedene Empfilzer. Es gibt diesen Empfilzer, wo er einen Kreis hat. Da fahren Sie schön unter den Knoten und können es so rund rauskämmen. Bei dem Längern ist es so, dass er schön gerade ist. Man darf hier vorne aber nicht anfassen, weil es lauter Messer sind. Die Katze können Sie jedoch nicht verletzen, weil hinten ist es schön gerade und es schneidet nicht. Diesen Empfilzer benötige ich, wenn der Knopf sehr gross ist. Dann kann ich runtergehen, die Haut fassen, dass ich nicht zu viel zopfe und so entweder rauskämen und bei ganz starken Knöpfen hin und her fahren muss, weil ich dann den Knoten rausschneiden darf, aber es keine Löcher gibt. Ich würde mich freuen, wenn Sie unser Geschäft unterstützen würden, indem Sie uns abonnieren, eventuell kommentieren, was uns sehr freuen würde und den Daumen hoch drücken könnten. Vielen Dank, Ihre Olivia Gilgen, Diplomierte Hundequaffhöse, Katzenshand.ca Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.